Ich bin wieder da. Ich hab euch richtig vermisst. Mir haben unterwegs so viele Leute geholfen, dass mein Dankbarkeits-Label auf 6 gestiegen ist. Ich habe ein Subgenier mitgebracht. Das Gegenbild von Edibe von Istanbul lässt dir etwas ausrichten. Ihr ist mein Sister. Das war's. Ich denke, ich werde bald wieder aufbrechen. Ja, gerne. Vielen Dank. Manf, kaum. Ich könnte immer weiter futtern. Ich denke, ich werde bald wieder aufbrechen. Gerne. Das wäre eine gute Idee nach der langen Reise. Irgendwann werde ich auch mehr Zeit mit dir verbringen, Vater. Pfff, zu schön. Ja. Pfff, zu schön. Ja. Du kochst immer noch am besten von allen, Mama. Dann mache ich mich wieder auf. Vielleicht bis bald einmal. Dann mache ich mich wieder zu,ceks woanders. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.